Hallo, hier ist LIA 2004 mit einem neuen Video. Leider konnte ich jetzt nicht streamen und unter zahlreichen Videos von mir wurde schon kommentiert. Heute war natürlich die Champions-League-Auslosung für die Champions-League-Saison, die Gruppenphase 2022-23. Und der FC Bayern München hat echt eine starke Gruppe erwischt. Und das absolute Highlight dieser Gruppe ist natürlich der FC Barcelona. Ansonsten noch drin Inter Mailand und Viktoria Pilsen und natürlich der FC Bayern München. Aber ich denke, ihr wisst es alle, die zugucken, ich weiß es. Und natürlich, Robert Lewandowski trifft auf seinen alten Verein. Er hat vorher noch in Interviews, in unzähligen Interviews gesagt, er will nicht in der Gruppenphase wieder auf den FC Bayern München treffen. Und jetzt kommt es genau so. Robert Lewandowski kommt zurück, wird in der Allianz Arena spielen. Ich bin so bereit für dieses Spiel. Ich habe da so Bock drauf und dann wird Barcelona die Hucke voll gehauen. Weil einfach mal gezeigt wird, wie gut der FC Bayern dann auch ohne Lewandowski spielen kann. Inter Mailand auch kein einfaches Ding. Und dann Viktoria Pilsen wahrscheinlich, naja gut, der Verein, der da viele Gegentore kassieren wird. Bayern gegen Barca, ich bin richtig, richtig heiß drauf. Ich glaube, dass da viel, viel, viel gehen wird, auch gegen Inter Mailand. Bayern München, bisher natürlich in der Bundesliga fehlerfrei gespielt, tadellos. Okay, tadellos, Ding von Neuer, einmal gegen Frankfurt war schon echt schwach. Aber ansonsten beinahe fehlerfrei gespielt oder fehlerfrei gespielt. Jetzt kommt natürlich dann, das sind die ersten richtigen Tests. Am Wochenende ist dann das erste Spiel, was ja auch in der Bundesliga härter werden könnte, gegen Gladbach. Und dann eben heißt es, man muss Barca, man muss Inter besiegen können, um dann zu zeigen, dass man es verdient, in der Champions League weit zu kommen. Und der FC Bayern München hat dieses Jahr einen super Kader, eine super Tiefe, super Einzelspieler. Teamleistung ist super, die Chemie im Team ist grandios. Und ich glaube, da kann ganz, ganz, ganz viel gehen. Schreibt eure Meinung zu den Gruppen in die Kommentare. Auch übel coole Sache, Dortmund trifft auch auf Main City. Das heißt, noch ein Verein aus der Bundesliga, der seinen Top-Stürmer abgegeben hat, trifft in der Champions League dann wieder auf den. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war's von mir und ciao.